Hallo meine Lieben Hyruleaner und herzlich Willkommen zu The Legend of Zelda Breit auf der Y Isle. Ach, schön, dass ihr Züge gefunden habt. So, wir suchen jetzt den Turm. Ich habe nur noch eine Ladung. Moment, halt, da hinten habe ich was Rotes gesehen. Der ist in der Richtung. Der ist in der Richtung. Und, oh, ja! Ja, ja, die Richtung. Und die Richtung ist gut. Das ist aber auch ein tiefer Dschungel. Wo kommt jetzt die Musik her? Bonjour mes amis! Ja, ja, komm, ist ja gut jetzt. Ich bin schon meilenweit... Was war denn das jetzt? Wo ist er? Da drüben. Au, was war denn das? Komm her. Haha, ha, tut gut, ne? Äh, verschwinde. Da schießt ja immer zwei Pfeile, genau. Das hatte ich total ausgeblendet. Komm. Komm, bisschen näher. Mann, du nervst, echt. So, ähm, jetzt müssen wir hier noch... Ich habe keine... Ah, doch, hier, ich habe noch das Holzschwert. Au, la, 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 la. Äh, tz, 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 tz. Aua. Ich habe doch aber ein Holzschwert. So, weißt du was? Jetzt reicht es mir. Jetzt reicht es mir total. Au. Jetzt auch noch ein Holzpfeil. So. Nein. Ja. So. Oh. Ich tue demnächst kleines Frühstück. Ah, es regnet ja immer noch. Könnte es mal wieder aufhören zu regnen, bitte. Holzpfeil. Es ist ganz schön schäbig, wenn es die ganze Zeit regnet. So. Da ist der Turm. So. Und es hat... Ah. Ah. Und es hat aufgehört zu regnen. Das finde ich auch sehr nett. Dann komme ich nämlich auch den Turm hoch. Nein. Bleib hier. Nein. Mist. So. Komm. Ah. Okay. Äh. Hier hoch. Ja. Uah. Uah. So. Jetzt mal erst mal. Äh. Äh. Kleine Verschnaufpause. Huf. Ähm. Jetzt muss ich da irgendwie hochkommen. Ah. hochkommen, wollte ich sagen. Äh. Äh. Okay. Ich glaube hier. Ja. 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 nett. Oh. Verzieh dich. Oh, das ist ziemlich stark, das kleine Schwertchen. So. Haben wir noch ein paar Leuchtsteine gesammelt. Na, dann jetzt hier hoch. Na dann. Was sieht eigentlich mit Springen aus? Hilft das? Kann ich das hier? Einmal. Zweimal. Dreimal. Oh, das könnte eng werden. Oh, das wird eng. Wenn ich jetzt nochmal springe, dann wird es verdammt eng. Das heißt, wir klettern erstmal ein bisschen normal. Total normal. Dann hier. Drei. Zwei. Spring, Link. Spring. So. Oh. Was bist denn du? Den habe ich auch schon fotografiert. Ha. Was ich schon alles fotografiert habe, ey. Aber echt jetzt. Ey. Oh, hallo. Was war denn da? Oh nein. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Von allen Seiten. Oh mein Gott. Erstmal den hier. Oh nein, 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 nein. Ja, komm. Zack, zack, zack. Elektrostab. Den nehme ich natürlich mit. So, und wenn das jetzt nicht gleich aufhört, dahin, ja? Dann haben wir ein Problem. So. Du auch gleich. Nur damit du nicht auf dumme Ideen kommst. So. Was ist denn das, bitteschön? Ist das magnetisch? Nope. Nope. Das ist nicht magnetisch. Ah, Moment. Mal, ich hab nicht. Ich hab nicht. Sperrt Gras. Diese Heilpflanze weist spitze Dornen an Blättern und Frucht auf. Sie enthält Vitamine, welche die Körperkraft erhöhen. Als Zutat verleiht sie einen Bonus auf Angriffskraft. Ja. Ähm. Ich glaube, ich sollte die noch fotografieren, oder? Ja. Knips. Sehr schön. Tipptopp. Und jetzt hier, ähm... Meine Idee war ja... Den da. Dann... Rivali Sturm ist bereit. So. Rivali Sturm ist auch bereit. Dankeschön dafür. Und... Tschüss. Yeah. Also, wen ich auch immer da hinten getroffen hab. Es tut mir jetzt schon leid. Ich seh schon. Zelda in Ganons Gewalt. Zelda sich auf dem Balkon. Am Haare bürsten. La 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 la. Kommt, so ein Stein angeflogen. Wupplatsch. Oh, das geht aber weit... Oh, das geht aber weit hoch. Oh oh. Ich glaub, da hab ich Mist gebaut. Kommt, geh mal auf die Seite. Oh, das geht aber verdammt weit hoch hier. Oh, das wird eng. Ob ich das pack? Sonst werde ich dann Rivalis... Äh, äh, Flügelsturm hier brauchen, um ein bisschen hochzuspringen. In der Hoffnung, dass es sowas bringt. Ähm... Das wird verdammt eng. Das pack ich nicht mehr. Nein! Nein! Oh. Okay. Das wird so nix. Rivalis. Flügelangriff. So, geht doch. War ganz einfach. So. Jetzt aber. Ja, oben. Schön. Okay, Datenübertragung beginnt. Ja, alles ins Gesicht. Boah. Zack. Die Karte haben wir auch. Okay. So. Und jetzt erst mal gucken. Weil ich habe bisher hier keinen Schrein gesehen, außer den da drüben. Aber, aber um ehrlich zu sein, möchte ich da mal schnell in die Richtung. Oh. Ich meine, ich kann mich ja immer wieder auf den Turm hoch teleportieren. Das ist ja nichts Problem. Hey Leute, wie geht's? Ich bin nur auf der Durchreise. Oh, 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 oh. Ich und immer spring. Ich spring einfach tendenziell immer. Das ist so schlecht von mir. Okay. Weil wir haben da draußen mal was gesehen. So eine Insel. Und ich spring schon wieder. Ah, okay, aber es reicht. Locker. Oh. Wo ist denn das? Wo bist denn du? Halt, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Maxi, Durian. Was bist denn du für eine Knospe? Die Route. Die Route habe ich auch noch nicht fotografiert. Im Moment muss ich aber einen anderen Winkel nehmen. So. Passt doch. Okay. Maxi, Durian. Die Königin der Früchte gefürchtet wegen ihres starken Gerusts, besitzt einen starken Heilungseffekt und füllt das Koch-Zutat-Herzen über das Maximum hinaus auf. Jo, geil. Und warum habe ich jetzt die Route eigentlich aufgenommen? Bin ich bläde? Naja, egal. Zack. Holzbündel. Okay. Was bist du bitteschön? Kann ich hier irgendetwas machen? Das wäre doch vielleicht mal was für ein Erinnerungsfoto gewesen, oder? Ähm, hier. Zack. Zack. Erstmal für ein bisschen Licht schaffen. Zack. Halt, hier blieben. Hier, 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 hier blieben. Hier, hier, hier blieben. So. Hm. Also, hier geht so nix. So. Geht auch nichts. Okay. Okay, ja, ich meine, okay. Ja, dann halt. Oh, nee, jetzt regnet das schon wieder. Oh. Also, Momentchen mal. Wir hatten doch hier mal irgendwo eine... Wir hatten doch hier mal irgendwo eine Insel gesehen. Draußen, dachte ich. Wir gucken mal schnell auf die Karte. Ah, die Insel ist da vorne. Dann könnte ich mich eigentlich da zum Schrein teleportieren. Und dann hier zum... Zu dem Schrein teleportieren. Und dann hier zum... Schrein fliegen. Okay. Warte, selten. Da sind wir schon überall durchgelaufen. Ähm. Ja. Was ist das eigentlich? Aha. Vorspulen? Achso. Oh, wie nice ist das denn? Achso, das kann man sogar noch... Oh. Und da geht es auch noch schneller. Zack, 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 zack. Geschwindigkeit. Oh, okay. Hallo und herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Hashtag Nummer 1. Boah, krass. Hm. Das ist... Das ist... Das ist mal... Das finde ich... Das finde ich mal nice. Gefällt mir. So. Ähm. Jetzt aber. Genau, wir haben gesagt, teleportieren uns hierhin. Weil schon seit ich die Insel gesehen habe, will ich wissen, was da drauf ist. Oder wer dort lebt. Und wir haben echt viele Rubine. Echt viele Rubine. Für meine Verhältnisse. Zumindest. Wenn frischgewölf unruhig wird, solltest du es mithilfe von El beruhigen. Wie die Titanen. Die muss man auch beruhigen. Und eindringen und so, ja? Oh, oh, oh. Äh, bäh. Genau. Bäh heißt bäh. Es ist aber ganz schön weit bis da nach draußen. Sollte aber mit Rivalis Fähigkeit eigentlich zu schaffen sein. So lange meine Ausdauer mitmacht. Und ich nicht irgendwo an einer unsichtbaren Wand ranklatsche und abstürze. Sollte das gehen. Zurück muss ich mich dann wahrscheinlich teleportieren. Das ist klar, aber... Raus ist immer so ein Ding halt. Oh, oh. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das könnte reichen. Wenn, dann knapp. Halt. Ich werfe schon mal was zu futtern ein. So. Nur für den Fall, dass ich maßlos abstürze. Und wehe, es hat sich jetzt nicht gelohnt. Kommt, noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Kommt, noch ein Stückchen. Nein. 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 Das darf doch nicht wahr sein. Verflucht. Wir waren so nah. So nah. Gibt es hier irgendwo ein Boot? Ich glaube, nein. Da, ein Schrein. Zu dem kommen wir aber hin. Den erreichen wir ohne Probleme. Hoffentlich gibt es da ein Boot. Dann kralle ich mir das Boot und fahre weiter raus. Es sei denn natürlich, es kommt der weiße Hai und verschlingt meine kleine Nussschale. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Wasser da? So. Herzlich willkommen. Wir sind angekommen. Ja. Noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Das bringt wohl nichts. Da muss ich da nahe rein. Aber ich habe kein... Äh, falsch. Aber ich habe kein solches Blatt. Toll. Für ein verkackter Ast bei mir. Mist. Ah, da liegt ja eines. Ja, da liegt ja eines. So, wir gehen jetzt erstmal in den Schrein. Diese kleine Krocksame holen wir uns dann nachher gleich. Ich habe gar nicht aufgepasst, wie das Schrein heißt. Ich war so abgelenkt vom Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack. Tücke in der Nähe von Monstern oder Personen ZL, um sie anzuvisieren. So behältst du sie im Blick. Ja. Vor allem beim Donnerfluch ging er da super klasse. Boah, der regt mich immer noch so auf. Oh, nein. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Chazukita. Im Namen der Götin Hylia wird deine Kraft geprüft. Kraftprobe schwierig. Toll. Jetzt kommt... Wenn hier ein Donnerfluch Gott kommt, dann... Aber echt... So. Mifas Gebet hilft uns ja wahrscheinlich... Rein gar nichts. Okay. Hallo. Ich muss dich erstmal schnell knipsen. Ah, habe ich schon. Ich muss dich nicht knipsen. Okay. Dann mach das nochmal. Nicht so. Ey, Alter. So haben wir nicht gewettet. Ähm, was haben wir denn hier? Pilzspießteller. Das füllt 20 auf. Das will ich aber nicht, dass das 20 auffüllt. Rösterpfel, Geflügel. Dann kommen erstmal die dubiose Matsche weg. Dann ist die weg. Hier, Edelschmorbraten. Komm, rein damit. Ja. Schön. Hast du Freude daran? Oh, 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 oh. Ja, komm her. Oh, 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 oh. Au, 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 au. Ha, jetzt aber hier. Komm. Nochmal funktioniert der Trick nicht bei mir. Ja, 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 ja So, was macht er? Oh, aja. Oh, aua. Alter, das habe ich gespürt. So ein bisschen ziehen im linken kleinen Zeh. So, was ist der jetzt? Oh. Da, 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 da. Oh, komm. Komm her. Ah, ich springe immer zu früh und zu spät. So, was machst du jetzt? Zu früh. Nein. Nein. Oh. Alter. Und ich will nicht zu viel, ich will nicht zu viel verlieren, weil wenn, wenn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann hier, zack, Herzen wieder weg und. Ja. Ähm, wir machen jetzt. So, von denen habe ich ja noch genug. Komm, haut zu. Dann haut er wirklich zu. Was für ein Arsch. Röstapfel. Hier ein bisschen von dem noch. Und das noch. Und den noch. Und noch eine Röstkastanie. Toll. So, komm. Oh. Naja, ist okay. Mach, mach du ruhig. Wisst du was? Aber es geht mir zu lange mit dir. Jetzt hole ich mal eine richtige Waffe hervor. Ha. Ja. Ja, jetzt aber. Komm schon. Der hat aber schön viel Leben, aber im Gegensatz zu mir. So, da habe ich den Kälteschutz. Na, jetzt aber. Alter. Das ist mich gerade so wütend. Au, au, au. Ah. Oh, man. Komm. Haha. Was war denn das jetzt merkwürdiges? Ich dachte, ich hätte ihn eigentlich hier richtig erwischt. Aber dem scheint nicht so zu sein. Äh. Ja, komm hier. Buschi ins Großschwert. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Haha. Kippen. So, jetzt komm her. Komm. Ja. Was war denn das jetzt wieder? Ja. Jetzt aber. Oh, wie viel Leben er hat. Oh. Ja. Hetzte wohl gern. Okay. Das bericht auch gleich. Ah. Nein. Nein, 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 nein. Äh, halt. Bogen passt. Pfeile passen nicht. Ach. 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 Oh. Nein, das tut du nicht. Ah. Bitte nicht. Ja, 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 ja. Ah, verdammt daneben. Nein. Warte doch mal. Hier, ich frühe dich ein. Ah. Nein. 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 So, jetzt komm schon. Okay, komm. Und jetzt. Ähm. Den hier noch. Ja. Oh, noch endlich. Boah, der hat aber ganz schön Menge ausgehalten hier. Der Freund. So, Wächterachst. Ich wollte ihn nicht fotografieren. Wächter Schwert. Wächterachst. Kann man schon mal aufheben. Wächter Schwert kann man auch aufheben. Und die Lanze auch. Dann hier noch alles, was er liegen gelassen hat. Schön. Wieder ein Schrein erledigt. Hat's really great. Kletterhandschuhe. Die speziell gearbeiteten Fingerspitzen erlauben, kraftsparendes Klettern, ohne abzurutschen. Selbst bei Regen? Das muss ja bei Regen sein. Ja, ich kann bei Regen klettern. Oh. Ich hab was im Auge. Du hast die Prüfung der Stärke gemeistert. Ohne Zweifel bist du der Außerwild der Held. Im Namen der Gattin Helia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Schön. Ja, dann geh mal her. Dann hab ich jetzt... hab ich jetzt wieder zwei. Ich brauch vier. Dann brauch ich nochmal vier und nochmal vier und nochmal vier und nochmal vier. Sprung der Platte. Ja, schön. Elf Herzen und ich glaub so auf 15. Ich glaub 15 brauchen wir für das Master Sword. und wenn ich das Master Sword erstmal in den Händen halte, kann ich nix mehr aufhalten. So, jetzt müssen wir hier mal den hier nehmen. Hier rauf. Ja, da, 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 da. So, komm schon. Na los. Na los. Komm schon, komm schon. Volle Pulle. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Ja, oh, knapp, aber ja. Ja, hui. So. Jetzt müssen wir in die Richtung. Aber ziemlich weit in die Richtung, glaub ich. Ah, nee, da. Ah, da ist die Insel ja schon. Ha, cool. Also komm schon, Link. Allert, Mann. Sag mal, stehe ich doof oder wie? Würdest du jetzt bitte einfach in die Richtung gehen? Also, schwimmen. So, man muss immer schon am Ball bleiben. So. Ah, es windet mir dazwischen. Es windet mir dazwischen. Das kleine, fiese Wetter will mich vom Kurs abtreiben. Das lasse ich aber nicht zu. Oh, ein Fisch. Nice, netter Fisch. So, sind wir schon beinahe da. Das Segel ist aber auch richtig ramponiert. Und da schwimmt die Nutschale überhaupt noch. Komm schon. Okay. Wir schaffen es doch noch zu der Insel. Komm. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Oh, was ist denn das da? Okay. Wer auf die Insel verweilt, bekommt deine Prüfung zugeteilt. Okay. Werkzeuge waren bislang deine Kraft. Hast du je ohne eine Prüfung geschafft? Was? Leg ab dein Werkzeug. Stell dich hier der Prüfung mit der Kraft. Die ruht in dir. Um diese Prüfung zu bezwingen, sollst du drei Altäre, Juwelen darbringen. Bist du siegreich, so findet hier dein Werkzeug den Weg zurück zu dir. Was? Ich hab Ich kann noch pfeifen, sonst kann ich gar nichts mehr. Oh, nee. I'm stranded on a island. Ist das Monkey Island? Ähm, ja, okay. Dann machen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall klar. Hoffentlich. Ähm, Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch jetzt noch eine angenehme Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke und Tschau. Tschau.